Musik Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Feed the Beast Das Megaprojekt Ja und Letzte Mal Beziehungsweise gerade habe ich noch aufgenommen, die Folge 15 Ja, ich habe versucht hier mein Haus so einigermaßen angefangen zu bauen Ich werde jetzt aber erstmal ins Bett gehen und dann mich auf der Suche nach einem Vulkan machen, da ich Vulkangestein brauche. Ist das ein Enderman? Da war gerade ein ganz komisches Fisch Ach und ich könnte mal kurz gucken Was die neuen so alles schon, boah die haben schon einen Verzauberungstisch. Krass Ich würde heute da eigentlich auch mal einen Generator bauen oder so ins Technische ein bisschen gehen, aber naja Das könnten wir eigentlich alles mitnehmen was zu essen haben Wir waren alles da, dann werde ich mich mal kurz nach dem Vulkan umsehen Ich meine irgendwo in der Richtung war einer Mal sehen Hui So, auf die Plätze fertig Los Der Mark, der hat auch schon Der Headgame LP hat auch schon angefangen immer noch der gleiche Das gleiche wie vorhin So Äh Irgendwie kann man doch bestimmt hier irgendwie durchgehen oder so Ah Guck mal hier Und ein Tempel war glaube ich auch hier irgendwie irgendwo in der Ecke Bin mir da nicht sicher Da Ah, da vorne Okay Vulkan, hä Vulkan brauche ich So Oh, aus dem Baum Ah, da vorne haben wir schon Awesome Na, ihr Schafe Da kriege ich sogar mal hier mein zweites Schaf her Ich weiß gar nicht, ob der hier schon die Kisten rausgeräumt hat Hab ich gar nicht gesehen So Ja Schade Schade, schade, schade Schon alles ausgeräumt Schade Hm Da sind noch Pfeile drin Die darf man noch mitnehmen, oder? So Dann kann ich mich wieder Äh Hier rausbegeben Richtung Immer ein paar Musi-Steine noch mit So Ich will hier raus Kann Kann ja nicht so schwer sein Äh Das hat weh Nicht gut Nicht gut So Aber ich mach mich jetzt erstmal Richtung Vulkan Muss gleich erstmal gucken Wie weit ich vom Dorf weg bin Sollte eigentlich genug sein Äh Von der Stadt natürlich Äh Ne ist noch nicht genug Okay Geh ich schon weiter in die Richtung Hier So Was? Immer noch nicht? Kann ich das hier nicht abbauen? Toll Aber hier hat glaube ich sowieso schon jemand abgebaut Wird glaube ich auch keiner vermissen Den Den Stein hier So Will ich jetzt noch ein bisschen Vulkan-Gestein mitnehmen Kann ich mal gucken Was hier noch in der Ecke ist Aha Das ist noch ein anderer Vulkan Vielleicht können wir da eher hin Ich guck mal im Stadtzentrum Ja Gehen wir zu dem anderen Vulkan Oder? Sind das schon? Ne 180 Meter Mann Ist doch kacke Aber ich kann den Baum Kann ich den mitnehmen? Ist das auch schon Oh Noch 20 Meter Nehmen wir den Baum da vorne mit Hahaha Okay So Nehmen wir hier den Ich glaub das ist Der Mammutbaum Und dann kriegt man nur die Stickys raus Kann man Kann das sein Oder irre ich mich? Ah Hab ich recht gehabt Ja So Dann nehmen wir hier was von mit Man kann nie genug Stickys haben So Okay Ich glaub das reicht erstmal Und dann mach ich mich hier vorne mal Auf den Weg Ich könnte mir aber auch mal so eine Palme krallen Weil so und auf dem Rückweg Die Setzlinge mal mitnehmen Mal ein anderes Holz Wohl Holz Dschungelholz haben wir auch genug Ich möchte aber einen Palmen Setzling haben So Und den holen wir uns auf dem Rückweg Okay Hui Vulkan Ich komme Ist hier sonst noch irgendwas besonderes? Hä? Was ist denn das? Ist das die Sta- Was? Wird denn da Das gebaut? Seht ihr das auf der Karte? Äh da 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 Äh da muss ich gleich mal hin Sag mir nicht dass es dunkel wird Ne Gut Haben die da Etwa Äh Ich bin gerade ein wenig überrumpelt Haben wir keine andere Spitzacke? Ne Jetzt machen wir erstmal die kaputt hier Ja Hier sind noch mehr Tintensäckes Jede Menge Clay Auch gut zu wissen Guck ich gleich mal kurz Äh Kann ich ja hier noch einen Wegpunkt machen Hier Was haben die denn da gebaut? Ja Machen wir einen Stack voll hier Und einen Wegpunkt muss ich mir ja auch noch machen Vulkangestein oder so Das wollte ich ja unbedingt für mein Haus haben Wow hier ist ganz schön viel Clay Seht ihr das? So machen wir hier die Sachen noch fertig so Okay dann erstmal hier Ein Wegpunkt Und zwar einmal den Clay Und dann haben wir einmal noch Vulkan Oh Gott Verschreib dich Vulkan Gestein Ich brauche eine schöne Farbe So Äh Deaktivieren bitte Danke So Jetzt gucken wir mal was die da fabriziert haben Und das Essen brauche ich auch Äh In 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 die Richtung Okay Das ist doch nicht der Heimweg Mein Palmsetzling Und was soll ich denn jetzt machen? Da ist sowieso nichts runtergefallen oder? Ach ja Ein Chicken Tut mir leid Das Was haben die denn da gebaut? Also ich bin ganz 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 irritiert gerade Ich wüsste was die da gebaut haben Und wer? Wer hat das gebaut? Noch ein Huhn Du musst sterben Eine Query haben die hier gebaut? Oder was? Hä? Was ist das? Und wem gehört das? Ich frag da gleich mal nach Ui Die haben eine Query gebaut Ja Hammer Das verleitet Aber ich bin ja nicht so fair Äh unfair Das Minenschacht Ich frag gleich mal nach Wer das gebaut hat Autsch Das will wehtun Ah Ich dachte es mir Aber ich mach mich jetzt erstmal auf den Weg nach Hause Da ist ne Höhle Ich bin nach Hause Geh nach Hause Komm Vielleicht kriegen wir doch noch ein Dschungel Sapling ab So Ab nach Hause Ah Scheiße Oh Hab ich mich erschrocken Au Eigentlich mag ich das nicht Wenn Leute so rumlaufen Sich ständig wehtun Ich glaub da vorne war mein Dschungelbaum Und ne Ocelot Au Ich will auch so ein Kätzchen haben Ich muss unbedingt mal ein paar Fische Fangen Ist das ein Lichtback? Ja Wo war denn jetzt hier mein Dschungel? Ah hier 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 Ich hab Dschungel-Supplinge Ja Juhu 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 Guck hier nochmal drauf Ja Hier ist auch noch einer Juhu Ich hab Palmen Awesome Okay Dann Ab nach Hause So Erstmal hier wieder rum Irgendwie Und dann Ich hoffe ich Äh Ja die Zeit ist gleich schon wieder rum Obwohl ich kann auch ein bisschen länger machen Und ich würde sagen Danke fürs Zuschauen Ich hoffe es hat euch gefallen Das ist ein Schwein Gut zu wissen Das werde ich mir Früher oder später auch noch holen Ja Du bist auch noch Du Du stirbst Kommt kein Weg dran vorbei So Äh Stadtzentrum Ja ich weiß dass die Zeit zu Ende ist Ich möchte aber erstmal nach Hause So Ja da Pilze Aber die darf ich gar nicht abbauen So Und hier ist ein Grundstück Muss ich dran vorbei So hier Hier geht es hoch Denke ich Vielleicht auch nicht Super Irgendwie muss ich doch hier hochkommen So Jetzt hier Ich bin auch nicht auf dem Grundstück Ne Ne Ui 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 Wer lebt So ja Wir haben jetzt Okay Also wenn das Ich weiß jetzt nicht Inwieweit man das darf Wenn ich mir das Schaf hier noch reinlocke Aber Hm Ich weiß es nicht Ich lass es mal lieber Das wäre nicht mein Schaf Ne Ne Mein Schaf ist noch da Okay dann Ist die Folge Ich guck mal Eben Ich könnte eigentlich noch 2-3 Minuten länger machen Das mach ich auch Hm Ich werde erstmal hier meine Kostbaren Dschungelzepplinge Reintun Und Die Hälfte Vom Vulkangestein Was zu essen Oh wir haben ja Ich mach mir erstmal Ne Eisenrüstung Kann ich mir leisten Oder Haha So Und vielleicht Die Stiefel noch Und Einmal Oben drum Dann ist Was mein Eisen Schon wieder zu Ende Äh Okay Was auch immer Ich hab aber jetzt Zumindest schon mal Ne Rüstung Ist schon mal Cool So Äh Und dann geht's hier weiter Gucken wo ich das Basalt Äh hin Ich weiß nicht Ob ich das so Aufstellen soll Aber wieso nicht Das Basalt müsste In die Mitte Hier in die Mitte So So Ja Hm Oder Oder doch Ganz raus So Ich weiß Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es echt nicht Ich weiß nicht Inwieweit ich das hier noch machen Muss Äh ich kann mal kurz Das mal Schwert 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 Boom Okay Sie hat Redstone Gefunden Eisen Äh Irgendein Gang Und Ja Ja Sie ist schon fast am Ende Von dem Dings Hier gelandet Äh Ich brauche Stein Nein Kein Mussi Stein Ich nehm jetzt einfach mal Dreck So Ja Doch Äh Fast am Ende von dem Markierungspunkt Den ich gemacht habe Einer geht noch So Und jetzt Könnt Ne Einer geht noch Noch einer Ja Hier Guck Hier sieht man sogar die Markierung Dann könnte ich sie hier eigentlich schon wieder loslassen Was hat sie denn Uran hat sie gefunden Okay Ich habe gar keine Kohle mehr für dich Swaggy So Okay Dann Äh Wo ist sie Hier ist sie Da ist sie So Dann werde ich sie mal eben wieder hier loslassen Und zwar Mient sie dann Auch wieder um die 40 So Ja Okay So Dann hau rein Swaggy Ich baue dir mal eben hier Fackel hin So Mal gucken Was du hier noch alles Jetzt gefunden Ah Oh Ich dachte schon gerade Ähm Ähm Was für ein Tunnel ist Ist das Hier hat jetzt schon mal jemand getunnelt unter meinem Grundstück Ja Weil dieses Minenprogramm ist nicht meins Hallo Hätt denn hier drunter getunnelt Find ich jetzt gar nicht gut Wir machen eigentlich immer die Vereinbarung Dass keiner unter meinem Grundstück rumtunnel Mann So Äh So Ich werde das jetzt hier alles schön zubauen So Ähm Ich wollte mir das Eisen hier holen Bevor irgendjemand mein Eisen klaut Das gehört mir Ja Ich hab das ganz genau abgemessen Das Grundstück Das könnt ihr auf dem Let's Play sehen Und Ja hier hat irgendjemand rumgetan Dias Dias Das sind auf meinem Grundstück Dias Juhu Das ist alles fair Das ist alles fair Da hat jemand auf meinem Grundstück Und Und Unter dem Weg gegraben Was wir ausgemacht haben Was wir nicht machen So Dann baue ich das hier wieder zu Ja Sollte ich vielleicht mal ein Schild aufstellen So Können wir hier noch zumachen eben Sachen hier mitnehmen Ja Dann kann ich jetzt die zwei Sachen hier auch noch mitnehmen Die so auf der Grenze liegen So Redstone Klingelingeling So Hier haben wir noch Eisen Nehmen wir mit Dann sind wir heute schon richtig produktiv gewesen finde ich Ich glaube Swaggy Der ist schon vorne wieder angekommen Oder habe ich da gerade was Ne Ich dachte Der hätte ich Gold gesehen Und das Ding Muss ich auch noch mitnehmen Frag mich aber nicht Was das ist Es ist Äh Tungstenohr Stimmt Dieses Ding Was man nie braucht Oh Swaggy Du bist schon wieder so fleißig gewesen Ich bin so out of fuel Ja Hab ich mir gedacht Keine Kohle gefunden Was ist das denn Mensch Unmöglich So Uran Nehmen wir mit Wir nehmen alles mit Was wir brauchen Das ist ein fetter Lavasee Unter meinem Grundstück Wie ich sehe Und eine Höhle auch Okay Was ist das hier Auf jeden Fall Ein Gang Den ich zumachen werde So Unerlaubtes Tunneln hier Unter meinem Grundstück Ähm Tja Swaggy Da kann ich dir jetzt aber auch nicht Irgendwie helfen Ich kann mal gucken Ob ich was in meinem Rucksack noch habe So Da tue ich jetzt mal ein paar andere Sachen rein Hö So Hm Tja Swaggy Äh Ich sag mal Komm mal mit So Und dann zeige ich dir Nächste Mal mehr Okay Dann sage ich mal Danke fürs Zuschauen Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Ihr könnt mir mal schreiben Wer hier unter meinem Grundstück Äh Seine Miene Miene los Oder aus Versehen Zumindest Unter mein Grundstück gekommen ist Und Vielleicht wisst ihr sogar Was ich mit dem Tanksten Ohr Und aus anderen Ohrs machen könnte Zumindest Zum Beispiel mit diesem Ohr hier Diesem Nikolait Da ist ja Hat man ja Massenweise Kann man da irgendwas schönes draus craften Guck mal ob man da Dings draus craften kann Blöcke Wäre schon mal gut Nö Schade 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 Huch Da ist noch mehr von dem Zeugs Das sieht ja mal so schön aus Kann man nicht dran vorbei gehen So In die Schlucht müsste ich auch mal Ich glaub wir hatten die hier irgendwo am Am anderen Ende Oh hier ist Kohle für Swaggy Vielleicht lässt sich sie ja doch nochmal los Ich hab jetzt so Kohle 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 Schon wieder unendlich Kohle So Vielleicht kann ich sie ja hier schon wieder loslassen Okay mal sehen Swaggy wo bist du Da bist du Okay Dann lass ich sie hier wieder los Aha Okay Dann Tunnel Und zwar mach mal 35 Oder nur 30 30 30 reicht auch glaub ich Ja nicht zu viele Tunneln lassen Ne So Dann Ja Beende ich hier die Folge Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss